Hallo zusammen, ich bin Christoph, ich bin im dritten Lehrjahr bei Meierburger als Logistiker EFZ. Hallo zusammen, ich bin Tim, ich bin im ersten Lehrjahr bei Meierburger als Logistiker EFZ. Und heute zeigen wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Wir sind hier jetzt im Wareeingang. Ich schaue, ob die richtige Menge, die richtige Materialien geliefert sind. Ich bin hier in der Kommissionierung. Am Computer wird mir angezeigt, was und wie viele Stücke ich nehmen muss. Weiter gehe ich zum Kardex und nehme das Material, das man angezeigt und die Menge, lege es in die Kiste, die dann weitergeht in der Produktion. Mir gefällt Lehrjahr als Logistiker bei Meierburger, weil es abwechslungsreich ist und ich auch Einblicke habe in nebengelagerte Stellen wie der Einkauf oder der Post. Zudem haben wir ein gutes Arbeitsklima im Team. Hier sind wir jetzt im vollautomatischen Hochregaulager. Hier haben wir unsere Palettenware gelagert. Und ich kann auf Abruf rausgefahren werden für die Kommissionierung oder für die Produktion. Ich bin jetzt hier in der Spedition. Auf dem Zedus steht, was ich nehmen muss und wo es nachher geht, in welches Land. Zuerst mache ich alle Materialien bereit, dass ich das Päckchen verpacken und wegschicken kann. Ich hoffe, wir haben mit unserem Video deine Interessen geweckt. Wenn das der Fall ist, dann bewirb mich doch als Logistiker bei Meierburger. Mein Freund ist auf Teufel.